Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakaot. Beim letzten Mal ist von Goku angekommen und ich musste meine Session leider beenden. Aber jetzt geht's los. Ah, man drückt die Taste kurz und er fliegt gleich 500 Meter hoch. Da fällt mir ein, wir können jetzt beim Charakter, wir haben ja noch neue Skills bekommen. Das heißt, Son Goku kann ja jetzt auch die Genki-Dama, den würde ich auch lieber zur Folge Energie-Strahl benutzen, ehrlich gesagt. Und statt Körper einschlagen, damit die Ohren schlagen. So, gut. Well, that wasn't much fun. Ah, say goodbye! Dad! What the? Hey, who are you? G-Kakarot, you finally show your face! Gohan, here you go. It's a Sensu-Beam. Give some to the others, too. I'm gonna fight these guys on my own. Ha! You wanna fight me? What's a puny little guy like you gonna do? There's no way you can beat me! Okay, also, endlich haben wir ihn ohne mit zum Wuppe kämpfen. Der war jetzt das Schlinge nicht mehr dabei. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Okay. 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 Ich weiß, hat man doch bei den Kajouken, ich würde mich satirisch auch mit den Kajouken jetzt verwandeln. Ich weiß, hat man da auch noch eine Form, also nicht nur die 8-fachen Kajouken, 10-fachen Kajouken im Okran, sondern... Das ist der Bulukai 1, da hat man nämlich 150 verschiedene Formen gehabt von Kajouken. ward auf eine Kajouken runtergebraten, obwohl es auch okay ist. Oh! Ich bin doch schön reingeflogen, ne? Der hat mich schon leider sehr oft getroffen, aber es hat dann funktioniert. Sorry, you were wide open, so I just went for it. You, you... Damn, how is this possible? He's already gone beyond a Saiyan power level, but how? What kind of training has he put himself through to achieve this? Wait, are the stories more than legends? Could he possibly be? Is he the legendary Saiyan warrior that appears once every thousand years? Is he actually a Super Saiyan? What about you guys? You gonna go back to your own planet or what? Or do you want to end up like this guy over here? Whoa, you hear that bird, huh? This spiky head whip must be out of his mind! Yeah, he actually believes that he has the power to take down Raccoon. Oh, he just got lucky. Raccoon wasn't fighting at his best, that's all. Yeah, that was a fluke. I mean, this power level didn't even go over 5000. Give me a break. Here we go! Yeah! And if my power level 5000 not increased, how could I still get Raccoon? So, you won't go back, huh? Oh, the Zip's has changed? Oh, he's here, He's here, he's here. How could he handle this game? Oh, don't worry! It's a way or is right to pull my power? Oh, the Zip's has changed. Oh, he's here is a real challenge. Oh, he's here! Oh, he's here, he's here, he's here! You can't do that. Oh, y'know. Ah, he's here! Oh... You can't do that. Oh, the Zip's has stopped. Oh, he's here. Was ist das? No! No way! No way! What the hell are you? I'm a Saiyan who was raised on Earth. So tall. No way! No way! No way! Aber gegen den Kananaka vom Zirikumba zu hätte der Zwielschläger abgehört. Oh, der Crusher-Wall ist vollkommen. Wait, 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 wait. Oh, der Haba. Oh, der Haba. Das ist gut. Wow, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 Das muss ich einen Art Schmarrn! Wie können wir Elite Warriors so b-b-powerless gegen diesen Mann? Ihre Naivität macht mich krank! Warum würden sie damit wegziehen? Vielleicht hat man sich stärker, aber das macht dich ein Super Saiyan! Far von es! Super Saiyan? Ich kann sehen, dass du stolz auf wie viel du hast aufgeteilt. Aber das wird fast genug für Freize! Freize, oder? Das ist der Mann, den King Kai sagte mir. Warte, also... sogar nach dem ganzen Training, die ich habe... Sie sagen, dass ich noch nicht stark genug für ihn? Das ist genau das, was ich zu sagen. Freize hat mehr Macht als du, als du, in der du, in der du... Vielleicht bist du falsch. Ich meine... Du hast gesehen, was Goku kann, richtig? Ich meine... Ich meine... Esos Leute können sogar noch einen Finger auf ihn! Goku ist Unstoppable! Dann kämpft ihn und findest du selbst! Aber das ist nicht alles! Freize hat wahrscheinlich bereits benutzt die Dragon Balls, um die Immortation zu haben! Nein... Ich glaube nicht, dass er das noch nicht getan hat! Was? Wie würden Sie wissen? Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht, wie sie zum Schenron schen. Das bedeutet, dass wir noch eine Chance haben, um unseren Wunsch zu machen! Hooray! Ich glaube nicht, dass wir ein paar Unternehmen kommen. Ich glaube nicht, dass wir ein paar Unternehmen kommen. Sieht wie Jace hat den Kapitän Ginyu mit ihm gebracht. Warte... Wo ist Frieza? Ich dachte mir sicher, dass er wieder in seinem Land mit den Dragon Balls, den Kapitän Ginyu gebracht hat. Ich glaube nicht. Ich fühle mich eine große Energie dort. Das muss es sein, Frieza! Da? Oh! Wir sind in große Probleme jetzt! Das ist wo der Guru ist! Oh nein! Frieza wahrscheinlich wird den Guru zu sagen, wie er ein Wunsch mit den Dragon Balls hat! Ja... Und als er das herauskommt, er wird sicher zerstören! Er will Guru für sicher! Er weiß nicht, dass er nicht die Dragon Balls wird, wenn Guru stirbt! Was? Das ist es. Krillin und Gohan, Sie beide bekommen die Dragon Balls. Ich und Vegeta werden die Frieza verraten. Genau! Und wenn wir nicht schnell, der Guru ist fertig! Wir müssen finden Bulma und den Radar der Dragon Balls! Ja, eine gute Idee! Good luck, Leute! Und be careful! Goku! Go get him! Komm, Vegeta! Komm, wir gehen! Wir gehen, die Ginyu! Wir gehen, die Ginyu! Okay! Du bist wahrscheinlich viel stärker jetzt, dass du von einer Ginyu-Erfahrung hast. Hm. Also, du kennst das, oder? Okay, jetzt sind wir wieder aufgefrischt. Wenn weder Frieza, noch der Ginyu gehen wir zurück auf das Schiff. Und das bedeutet, das Schiff ist jetzt komplett defenslos. Das heißt aber auch, wir könnten mal tatsächlich, was habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, mir das Leben mal ein bisschen einfacher machen. Und auf den Fähigkeitsbaum gehen, weil, guck mal an, ich habe hier nichts zu muck geskillt, wirst du. Äh, es wird mal Zeit, würde ich sagen. Böchte Kugeln, das sind hier so Sachen, die sind halt völlig easy zu machen. Das Kamehameha aufstufen. Das Super Kamehameha kann ich mit Level 42 lernen. Ne. Nicht 42, was, äh, kann ich ja mit Training lernen, so. Den kann ich hochskillen, wenn ich das möchte. Brauchen wir aber nicht. Ah, Steinpere, Schere, Steinpapier, Papier. Und Schere, Steinpapier, Schere gibt es auch. Das ist so geil. Äh, Körperschlag, 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 Meteorschlag. Ah, da habe ich hier noch die Kugeln, okay. Ah, warte mal eben. Aber, äh, für die Genki-Dame habe ich vielleicht noch genug, was noch ein bisschen aufzuwerfen. Kaioken. Gewährt dem Anwender Unterstützungseffekte, erhöht die Werte auf 35%. Wirkt ja auch langsamen Verlust. Aha, aha, aha. Ja, geh mal hier hin. Ach, er erreicht 35. Okay, das heißt Kaioken, jetzt ist es auf Stufe 2 benutzt. Das ist schon mal was. So. Das ist ein Arsch voll Skills. Ach so, ja, richtig den passiven Fähigkeitsbarmutzen auch noch. Oh, ist ja die Genki-Dame? Da. Kann ich aber nur nicht, okay. Ja gut, mehr geht das mal nicht, ne? Haben wir alles über Skills, was geht. Was ist etwas falsch, Regina? Hm. Es ist nichts. Ich bin. 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 Ich Dod Qualse und im醫io. Oh, ich hab dir adventures und언en nicht genug vãoweược Safety. Ich glaube, er verfö substantialt. Ich rocke die da noch einen drauf 2 gegen 1 sehr sehr schön Das war's für heute. Alter, bis wir mal wieder durchkommen, ne? Das ist ja ausgerechnet, sorry. Okay, jetzt können wir loslegen, mein Freund. Okay, Ginyu, jetzt können wir loslegen, mein Freund. Okay, jetzt haben wir ihn. Wir werden das Spiel auf dem Weg gehen. Du bist ein Kuss für diesen einen, nicht du? Aber nicht für lange. Der mighty Captain Ginyu wird dich in deinem Platz. Ich sehe, dieser Mann ist ein viel mehr Capable als ein Kuss. Hier geht's! Oh, Alter, was weg ist das? Hier geht's. das wir für den abschluss warum nicht nicht Du meinst, der legendärer Warriere? Nein! Das kann nicht sein! Ist dieser Mann wirklich die einzige Sache im Universum, die sogar Lord Freezer hat Angst? Ich weiß nicht, aber was ich weiß, ist, dass ich mich nicht behaupte, wenn ich kann. Also, hör auf! Lege den Planeten! Ich sage das für dein eigenes Gut! Was? Bist du... Bist du? Nein, ich bin ernst. Ich will nicht die Leute, wenn ich nicht mehr. Ich habe gehört, dass der Super Saiyan ist der Ultimate Warrior. Der, der nur für die Kriege und die Blut. Oh, ich verstehe. Ich verstehe? Du bist eigentlich nicht ein Super Saiyan, bist du? Aber wie es das möglich ist, dein Macht ist noch viel größer als meine eigene Macht. Was ist lustig? Jace! Ich nehme meinen Schrauber! Was machst du? Das Körper ist ziemlich stark. Ja, und ich denke, ich nehme es! Change! Zange! 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 Was... Was ist passiert? Was... Was mache ich alles weg? We made a trade your body is mine now Hey captain, he's just get up right Now back to the ship. It's possible Lord Frieza may have returned already So this is why he damaged his own body It all makes sense now I'm in serious trouble if I don't hurry. I'm wait. No He's gonna meet up with Krillin and the others. That's it Wait a second Even if I make it back to earth Chichi probably wouldn't be all too happy Seeing me the way I am right now Vermutlich nicht He seems to have sniffed us out It won't be much longer until he's here You must go to me and hurry Those earthlings need you Okay, I understand, but please don't die Grand Elder Guru I suppose I'll let this one live. There's no sense wasting my time with a single speck of dust What do you want? Greetings and salutations My name is Frieza and I've come to your humble little planet in search of the Dragon Balls Fear not as I have already managed to gather all seven of them Though it would seem I am unable to draw upon their power Which is what brings me to the lot of you Tell me what I must do in order to grant my wish I suggest you leave. We have no intention of telling monsters like you I would be more forthcoming if I were you Although I do not intend to kill you. I will use force if necessary There are two of you yes. I don't care which one of you it is, but one of you will tell me Fine if that's how it's going to be then we'll fight But know this Grand Elder Guru the creator of the Dragon Balls resides here If you kill him The Dragon Balls will disappear as well Hmm My son you must hold him off as long as you can Understood my lord I I see but I'm curious Don't you wonder if he'll still refuse to tell me what I need to know when he sees that you're about to die I Won't go down as easy as you think But we're not going to fight here Grand Elder Guru doesn't have much longer to live Fighting here would only hasten his end Very well then Oh my that's quite impressive you've somehow managed to raise your power level to 42,000 Such a feat for the likes of you, but just to give you a sense of scale Allow me to inform you of what you're truly up against My power level you see is 530,000 Rest assured, however, I haven't the slightest intention of fighting you with my full power How kind of me That's enough Where are the Dragon Balls? They're either hidden somewhere or Frieza's holding on to them Wherever they are those Earthlings are sure to find them with that contraption of theirs But before they get the chance I must mask my power They'll quickly realize I'm here otherwise This should work once those run some in that Shenron creature I'll kill them and get my wish granted It won't be long until I run into them I should change into a new battle suit while I have the chance Krillin! The Dragon Balls are over there! Gotcha! Let's go, Gohan! 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 It looks like all seven of them are together in one spot Right! Now's our chance! That's clear, my dear, that's what we do next time Ja, bleib gesund, bis dahin und ciao, ciao!